Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Antikörperchen und diesmal nehmen wir uns einem ganz besonderen Thema an, nämlich einem wichtigen Thema, gerade für die Deutschen, die Aufklärung. Aufklärung? Hat das irgendwas mit Biologie zu tun? Eigentlich nicht. Also es hat mit Naturwissenschaften insgesamt am Rande schon zu tun, aber das interessiert uns jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Also keine Bienchen und Blumen? Tatsächlich geht es auch um Bienchen und Blumen, aber auch das nur eher am Rande. Wir sprechen hier also sozusagen von der Epoche der Aufklärung, die man so im Allgemeinen im 18. Jahrhundert verortet. Man muss da ein bisschen unterscheiden. Es gibt also einmal die Aufklärung als philosophische Bewegung, die eigentlich zunächst mal hauptsächlich so im englisch- und französischsprachigen Raum entstand, auch schon im 17. Jahrhundert losging. Also Vorläufer gab es schon im 17. Jahrhundert beispielsweise Descartes in Frankreich und John Locke in England und so ab 1700, kurz vor 1700 schwappt diese philosophische Bewegung auch nach Deutschland über, was es damit genau auf sich hat. Später, wir machen erstmal ganz groben Überblick. Und dann gibt es natürlich die Aufklärung als literarische Epoche. Also die Philosophie der Aufklärung hat eben auch ihre Entsprechung gefunden in der Literatur. Und da ist so schwerpunktmäßig so die Blütezeit der aufklärerischen Literatur im deutschsprachigen Raum so zwischen 1720 und 1780 ungefähr. Also schon mal ein relativ langer Zeitraum, also vor allem länger als sowas wie die Romantik. Ja, man kann da auch mehrere Phasen unterscheiden. Also es war schon eine größere und breitere Bewegung, die eben sich anders als manche andere literarische Stilepochen jetzt auch nicht nur auf einen kleinen Kreis von Personen beschränkte, sondern eben auch in sich selber unterschiedliche Strömungen vereinte. Das gilt für die philosophische Seite der Aufklärung auch. Das ist eigentlich eher ein Sammelbegriff für unterschiedliche philosophische Konzepte, die zum Teil auch durchaus nicht widerspruchsfrei sind, aber die halt eine Sache gemeinsam haben, nämlich das Grundanliegen der Aufklärung war es eigentlich eine Philosophie zu entwickeln, die also Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens aufstellen wollte, unabhängig von Religion. Also sozusagen die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens eben nicht mit religiösen Geboten begründen, sondern unabhängig davon. Das muss man natürlich im geschichtlichen Kontext sehen. Wie ist das entstanden? Was war davor sozusagen? Und die Idee, man müsse sozusagen Regeln für die menschliche Gesellschaft aufstellen, die von Religion unabhängig sind. Diese Notwendigkeit kam natürlich einmal dadurch, dass die religiöse Einheit der europäischen Gesellschaft, wenn man das so bezeichnen kann, in den Jahrhunderten davor, im 16. und 17. Jahrhundert ziemlich starke Brüche und Risse bekommen hat. Also du meinst vor allem die Reformation? Mit der Reformation geht es los, ganz wichtig. Es gab natürlich schon vorher auch innerhalb des Christentums unterschiedliche Strömungen und auch Konflikte natürlich. Aber die Reformation im 16. Jahrhundert ist da schon ein ganz entscheidender Schritt, dass eben eine für alle, also zumindest in der Theorie für alle verbindliche religiöse Autorität einfach nicht mehr da war, weil es nun eben verschiedene christliche Konfessionen nebeneinander gab. Das war ein erster wichtiger Schritt. Darauf folgte dann auch so eine Ära der Religionskriege. Ich meine, sehr bekannt im Zusammenhang ist natürlich der 30-jährige Krieg. Wir haben jetzt gerade das 400. Jubiläum des Beginns des 30-jährigen Krieges und somit 370 Jahre ist das Ende vorbei. Es ist im Grunde genommen nicht ganz richtig, den 30-jährigen Krieg als einen reinen Religionskrieg zu betrachten. Da spielt eine ganz andere machtpolitische Frage eine Rolle. Trotzdem war es natürlich so, dass dieser wirklich verheerende Krieg, der glaube ich irgendwie ein Drittel bis die Hälfte der deutschen Bevölkerung das Leben gekostet hat, der also zumindest teilweise religiös begründet wurde sozusagen, dass die unterschiedlichen Kriegsparteien eben unterschiedlichen Konfessionen angehörten und jeder für sich so in Anspruch nahm, die wahre Religion zu vertreten. Na ja, klar. Natürlich, die Auswirkung hatte, dass so die Frage aufkam, ja, wenn Religion dazu führt, dass die Menschen sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, es sollte ja eigentlich nicht so sein. Also wie können wir, wenn die Religion die Menschen entzweit sozusagen, wie können wir dann etwas finden, was sie wieder zusammenbringt? Das war ein ganz wichtiger Grundgedanke der Aufklärung. Was auch noch dazu kam, war der enorme Aufschwung der Naturwissenschaft in der Zeit, so angefangen mit Kopernikus und Francis Bacon über Galiläe bis zu Newton, wo dann also das naturwissenschaftliche Wissen der Menschheit ganz rasche, rapide Fortschritte machte und dadurch dann eben auch die religiöse Autorität infrage gestellt wurde, dass man plötzlich ganz andere Dinge darüber lernte und erfuhr, wie die Welt funktioniert, als das, was die Religion lehrt. Das führte eben auch zu einem Verlust von religiöser Autorität und dann zu der Erkenntnis, ist ja, wir brauchen, wenn die Religion als Grundlage für das menschliche Zusammenleben in der Gesellschaft nicht mehr funktioniert, dann müssen wir versuchen, sozusagen Regeln für das menschliche Zusammenleben zu entwickeln, die für alle zutreffen. Wenn es über Religion unterschiedliche Auffassungen gibt, dann brauchen wir etwas, das für alle gilt und da gab es dann unterschiedliche Ansätze, was das denn sein könnte, ob man dann nun eher vom Verstand oder vom Gefühl ausgeht, aber vorherrschend war dann tatsächlich die Vorstellung, die Vernunft. Der Verstand ist etwas, was in der Theorie allen Menschen gemeinsam sein sollte und auf dieser Grundlage muss man irgendwie eine neue Moral, einen neuen Kodex dessen, was vernünftiges, tugendhaftes, gesellschaftliches Leben ist, konstruieren. Wie gesagt, es gab da sehr unterschiedliche Ansätze. Es gab auch in verschiedenen Ländern verschiedene Strömungen. Also ein Schwerpunkt der Aufklärung war Schottland, interessanterweise, mit Adam Ferguson, David Hume und Adam Smith, den man, der also gerade in der Wirtschaftstheorie eine sehr lange Wirkungsgeschichte hat. Im französisch-sprachigen Raum gab es Diderot und Voltaire und Montesquieu und Rousseau. Und wie gesagt, mit etwas Verspätung, wie das damals so oft der Fall war, mit etwas Verspätung schwappte das Ganze auch nach Deutschland. Da will ich vielleicht kurz mal einhaken. Und zwar, man verbindet die Aufklärung ja oft mit so einer Kalkheit, die reine Vernunft. Wenn man sich die Aufklärung vielleicht als Raum vorstellen will, dann ist es ein weißer Raum mit wenig Deko-Elementen, alles ganz akribisch und fein angeschaut. Nun sagt man das ja den Protestanten auch nach. Ist das vielleicht so eine gewisse Überschneidung? Also die großen Aufklärer waren ja Pastorensöhne oder kamen zumindest aus sehr protestantischen Gebieten, wie zum Beispiel auch Kant, Königsberg, preußisch, protestantischer geht es fast nicht mehr. Und würdest du sagen, dass es da so eine Überschneidung gibt, also dass diese gesellschaftliche Voraussetzung da vielleicht auch so ein bisschen, ja, das befeuert hat? Zum Teil bestimmt. Also gerade im deutschsprachigen Raum spielt das ganz sicherlich eine Rolle. Du hast darauf hingewiesen, dass da also viele tatsächlich aus der evangelischen Theologie kamen. In Frankreich war das natürlich nicht der Fall. Wobei, also in Frankreich gab es den Jansenismus. Aber das würde jetzt ein bisschen weit führen. Wobei, in Frankreich gab es ja auch die Hogenotten. Ja, schon. Aber die wurden dann ja unter Ludwig dem 14. ziemlich nachhaltig unterdrückt. Stimmt. Gut, die französische Sprache Geschweiz spielte dann natürlich, da spielte der Protestantismus natürlich schon eine Rolle. Also es ist schon richtig, dass tendenziell die Katholiken eher noch an einem religiös bestimmten Welterklärungsmodell festhielten. Und tatsächlich kann man sagen, schwerpunktmäßig kam die Aufklärung schon eher aus einer protestantischen Richtung. Wobei, auch da ist ganz interessant, ich sagte, es ging darum sozusagen ein Weltmodell und ein Modell des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu entwickeln, das unabhängig von Religion ist. Das heißt nicht, dass das jetzt eine durchweg atheistische Bewegung gewesen wäre. Es gab durchaus atheistische Strömungen innerhalb der Aufklärung, aber zum Teil waren die Aufklärer auf ihre Weise durchaus religiös. Aber eben nicht in einem dogmatischen Sinne, sondern übergeordnet war halt die Vorstellung, das, woran man glaubt, muss über Vernunft vermittelbar sein. Er muss dem Verstand zugänglich sein und nicht durch Dogmen erklärt werden. Das führte dann halt zu religiösen Vorstellungen, die, wie gesagt, jetzt nicht atheistisch waren, aber mit dem, der eigentlichen christlichen Tradition nur noch sehr entfernt was zu tun hatte. Ja. Wer war das? Nietzsche war das, glaube ich, und Hegel, die dann über, ja, ihre Beschäftigung mit dem Aufklären ja ihren Glauben auch verloren haben, nicht? Ja, das galt sicherlich für einige. Also, wobei Nietzsche hat ja auch seinen Glauben an die Aufklärung verloren. Aber gut, da sind wir jetzt schon… Ziemlich weit fortgeschritten. Da sind wir jetzt schon praktisch über ein Jahrhundert weiter mit dem Protestantismus und die Anfänge der aufklärerischen Philosophie jetzt speziell in Deutschland. Das ist ganz interessant. So ein Vorreiter der Aufklärung in Deutschland war Christian Thomasius, der ursprünglich Theologe war. Aber das ist auch kein Wunder, dass er ursprünglich Theologe war, denn zu der Zeit war halt das ganze höhere Bildungswesen in Deutschland eben sehr stark kirchlich geprägt und zwar auch zu einem großen Teil auch sehr protestantisch geprägt. Und da kam der Thomasius her. Der ist interessanterweise unter anderem bekannt geworden, dadurch, dass er sich eingesetzt hat gegen die Hexenverfolgung. Finde ich ganz interessant, so diese zeitliche Nähe. Man denkt ja häufig, wenn man sich nicht besonders intensiv mit dem Thema überfasst, man denkt ja bei Hexenverfolgung eher an sowas wie Mittelalter. Ja, ja, nee, nee, nee. Das ist Neuzeit. Genau, das ist Neuzeit. Und noch Ende des 17. Jahrhunderts war also der Christian Thomasius einer der Vorreiter für die Abschaffung der Hexenverfolgung sozusagen und er war ein Vorreiter der sozusagen der Emanzipation der Philosophie von der Theologie. Bis dahin war es halt verbreitet so, dass die Theologie quasi so die Überdisziplin im geisteswissenschaftlichen Bereich war, der alles andere untergeordnet war. Und Thomasius war der Meinung, die Philosophie muss sozusagen unabhängig von der Theologie argumentieren. Er darf sich sozusagen nicht auf die Theologie berufen, sondern braucht ihr eigenes Fundament. Damit war er in der Zeit ziemlich revolutionär. Auch ein großer Name in dem Zusammenhang ist Leibniz, der auch so seine eigenen Auffassungen auch von Religion hatte, von der Rolle, die in seinem Denkmodell Gott dann irgendwo doch noch spielt. Tatsächlich spielt Gott für Leibniz eine sehr große Rolle, aber eben nicht so im traditionell christlichen Sinne, sondern es ist, ja, der Leibniz ins Gott ist eher ein theoretisches Konstrukt. Und sozusagen der große Nachfolger von Leibniz war dann Christian Wolf. Und mit dem kommen wir dann auch direkt zum Übergang von der reinen Philosophie zur Kunst. Die früheren aufklärerischen Philosophen haben sich mit dem Thema Kunst nicht so sehr befasst. Das wird bei Christian Wolf tendenziell etwas mehr, aber der legt jetzt auch noch keine eigene ästhetische Theorie vor. Das tut dann aber einer seiner Schüler, nämlich Gottschett. Johann Christoph Gottschett gilt so als der erste große Vertreter der aufklärerischen Literatur in Deutschland. Er war also Wolf-Schüler und fing also an, damit eben Regeln aufzustellen für eine aufklärerische Literatur. Er war selber kein großer Literat, also kein großer Dichter in dem Sinne. Das war eher seine Frau. Interessant. Ja, Luise Victoria Adelgunde Gottschett, die hatte schon bevor sie heiratete ein sehr aufsehenerregendes Theaterstück geschrieben. Die Pietisterei im Fischbein Rocke. Ja. Und er schrieb dann später auch noch Komödien so im Sinne der Aufklärung. Welche Rolle das Theater für die Aufklärung spielte, dazu kommen wir vielleicht später. Jedenfalls war Gottschett so der erste große Literaturtheoretiker der Aufklärung in Deutschland. Und seine Literaturtheorie baute halt darauf auf, was muss Literatur leisten sozusagen, was muss sie können, wozu ist sie gut. Da gab es von dem römischen Dichter Horatz diesen Ausspruch, was da so der Sinn der Kunst sei Prodesse et Delektare. Das ist wörtlich übersetzt Nützen und Gefallen. Und das wurde im Deutschen im Kontext der Aufklärung gerne übersetzt mit Belehren und Unterhalten. Also der Nutzen der Kunst und damit auch der Dichtkunst wurde in der Belehrung gesehen. Sie sollte dazu beitragen, die Menschen etwas zu lehren über Vernunft und Tugend. Darum ging es. Die Menschen zu Vernunft und Tugend zu erziehen mit Kunst. Und gleichzeitig sollte die Kunst eben auch schön sein, also den Menschen Freude bereiten. Diese beiden Ansprüche waren eigentlich für die gesamte Literatur der Aufklärung, für die gesamte Kunst der Aufklärung wichtig. Worauf jetzt der Schwerpunkt lag, eher auf der moralischen Belehrung oder eher auf dem unterhaltenen Gefälligen. Da gab es Unterschiede zwischen verschiedenen Autoren, aber wichtig war, dass eigentlich immer beides zusammengehörte in der Auffassung der entsprechenden Vertreter. Dass also beides zusammengehört in dem Sinne, dass eine Kunst, wenn sie nützen soll, wenn sie belehren soll, auch gefallen muss. Das klingt einigermaßen logisch. Dass sie aber auch nur wirklich schön sein kann, nur wirklich gefallen kann, wenn sie auch einen Nutzen hat. Es wurde also beides immer zusammengesehen. Und nun kann man sagen, ja, dass Kunst irgendwie den Leuten gefallen soll. Kunst in jeder Hinsicht und Dichtkunst damit eben auch, dass es was Schönes sein soll, was den Menschen Freude macht. Das ist jetzt nicht unbedingt typisch für die Aufklärung. Da kann man sagen, das sehen andere Kunstrichtungen durchaus genauso. Deswegen kann man sagen, was nun also in der Rückschau eher typisch ist für die Aufklärung, ist dieser Nützlichkeitsgedanke. Und da sind wir bei dem, was du sagtest, mit diesem Eindruck der Karkeit, also dieser Gradlinigkeit. Es gibt nichts Überflüssiges, weil es soll ja alles irgendwie einen Nutzen haben. Und das prägt diese Kunst dann sehr stark und das führt dann auch dazu, dass spätere Kunstbewegungen, spätere Dichtungsbewegungen sich eigentlich immer in Abgrenzung von der Aufklärung definiert haben, weil ihnen diese Konzentration auf das Nützliche irgendwie dann eben zu karg und irgendwie auch langweilig war. Goethe zum Beispiel hat gesagt, dass das Zeitalter der Aufklärung in künstlerischer Hinsicht eher schwach gewesen sei. Würdest du es unterschreiben? Teils, teils. Also gerade was die Lyrik angeht, wir haben ja normalerweise in dieser Reihe einen Schwerpunkt auf Lyrik. Dazu werde ich auch noch was sagen, aber die war tatsächlich in der Aufklärung eher nicht so doll. Tatsächlich ist es trotzdem, also ich habe jetzt gerade so quasi die Frage unserer Zuhörer im Hinterkopf, wenn das literarisch gar nicht so doll war, wieso müssen wir uns denn damit beschäftigen? Es ist tatsächlich so, dass die Aufklärung literaturgeschichtlich vor allem deshalb wichtig ist, weil man sie sozusagen als Voraussetzung für das, was danach kam, braucht. Also man kann Klassik-Romantik, Sturm und Drang, kann man alles nicht wirklich verstehen, wenn man nicht zunächst mal die Aufklärung verstanden hat. Deswegen dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, haben wir schon in der Romantik-Folge unserer Reihe schon einiges über Aufklärung gesagt und in der Sturm und Drang-Folge auch, weil das eben als Voraussetzung wichtig ist, um den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Gibt es so besondere Lyrik-Stücke, die herausstechen, die man unbedingt kennen muss? Ja, also es gibt so ein paar grobe Richtungen in der aufklärerischen Lyrik. Da gibt es einmal so den Bereich des philosophischen Lehrgedichts. Also kein Wunder, wenn das eine literarische Bewegung ist, die ja eigentlich aus einer philosophischen Richtung heraus entstanden ist, dass da dann eben auch in der Dichtung selber Philosophie eine große Rolle spielt. Also der Bereich Lehrgedicht und Naturlyrik, das geht so ein bisschen ineinander über. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, tatsächlich ist das gar nicht so leicht voneinander abzugrenzen, weil es geht eigentlich in beiden Teilbereichen eigentlich immer darum, anhand der Natur die Ordnung des Kosmos zu verstehen. Also da die Aufklärung so verstandeszentriert war, ging es halt auch immer um Ordnung. Die Dinge müssen eine Ordnung haben. Man muss sozusagen also in allem irgendwie erkennen, wie es konstruiert ist, sozusagen der Aufbau von allem, die Struktur von allem, deswegen auch der Einfluss der Naturwissenschaft, wie gesagt, Bacon, Galilei, Newton. Man wollte also, man ging davon aus, die Natur hat eine innere Ordnung und die sagt uns auch etwas darüber, wie die Ordnung der menschlichen Gesellschaft aussehen soll. Da gibt es dann im Bereich des Lehrgedichts, gibt es da einen Albrecht von Haller, der ziemlich einflussreich war. Ich gucke gerade mal, ob ich da ein schönes Beispiel habe. Über den Ursprung des Übels. Das ist nun wirklich ein typisches, philosophisches Lehrgedicht. Nur mal ein paar Vers, es ist elendig lang. Also diese Lehrgedichte sind meistens endlos lang. Auf jenen stillen Höhen, woraus ein milder Strom von steten Quellen rinnt, bewog mich einst ein sanfter Abendwind, in einem Busche stillzustehen. Man sieht also, wir fangen an mit der Natur. Er betrachtet die Natur und daraus zieht er dann Schlüsse darüber, wie die Welt im Ganzen ist. Ich überspringe hier mal eben schnell zwei Seiten, das ist wirklich endlos lang. Und dieses ist die Welt, worüber Weise klagen, die man zum Kerker macht, worin sich Toren plagen. Also die Weisen klagen, weil sie es eigentlich besser wissen, aber die Welt trotzdem nicht verändern können. Und die Toren, die plagen sich, weil sie es nicht besser wissen. Wie wird mir, mich durchläuft ein Ausguss kalter Schrecken. Der Schauplatz unserer Not beginnt sich aufzudecken. Ich sehe die innere Welt. Er ist von der Natur angefangen, jetzt kommt er auf die innere Welt. Sie ist der Hölle gleich. Wo Qual und Laster herrscht, ist da wohl Gottes Reich? Die Zweifel an der religiösen Welterklärung kommen dadurch. Hier eilt ein Schwachgeschlecht. Der Mensch ist von Natur aus schwach. Man muss ihn sozusagen bilden, um ihn über sich selbst hinauszuheben. Hier eilt ein Schwachgeschlecht mit immer vollem Herzen, von eingebildeter Ruhe und allzu wahrem Schmerzen. Wo nagende Begier und falsche Hoffnung weilt zur ernsten Ewigkeit. In kurzem Aufenthalt des nimmer ruhigen und nie gefühlten Lebens schnappt ihr betrogener Geist nach echtem Gut vergebens. Ja, da geht es um die ganz großen Weltprobleme. Und auf der anderen Seite, so die Naturlyrik im engeren Sinne, die ist halt ähnlich aufgebaut. Man fängt an mit der Betrachtung der Natur und zieht dann daraus so seine philosophischen Schlüsse. Ähnlich, aber sozusagen kleinteiliger ist die Naturlyrik beispielsweise bei Badhold Hinrich Brockes. Der hat dann nämlich eher so über Bienchen und Blümchen geschrieben oder Käfer. Doch. Ja, auch ein bisschen Blümchen-Komfort. Ich habe es schon versprochen. Da geht es dann eher um so kleinteilige Naturbeobachtungen. Das Ganze ist weniger hochtrabend und ein bisschen beschaulicher, irgendwie netter, niedlicher. Es gibt ein großartiges, auch wieder endlos langes Gedicht von Badhold Hinrich Brockes darüber, wie ihm ein Zahn gezogen wurde. Ja, und erst mal der Zahn hat ihn geplagt und das war ganz schlimm mit den Zahnschmerzen. Jetzt ist der Zahn raus und das ist schon mal toll, dass er diesen Schmerzen in Zahn loslost. Und dann betrachtet er diesen Zahn und in endlos langen Strophen erklärt er dann anhand dieses gezogenen Zahns die Welt mehr oder weniger. Also es wirkt auch teilweise ein bisschen unfreiwillig komisch. Es klingt alles auch ein bisschen, so ein bisschen arrogant, oder? Ist die Aufklärung arrogant? Ich glaube, das kann man bejahen. Also auch da gibt es natürlich wieder, das kann man jetzt schwer verallgemeinern, auf alle Vertreter dieser Richtung. Es gibt da durchaus auch Leute, die einen ganz herrlichen Humor in ihre Schriften reinpacken, der diese Arroganz da auch ein bisschen unterläuft. Lessing zum Beispiel ist oftmals sehr witzig. Auf den kommen wir später noch. Also eine gewisse Bildungseitelkeit ist da natürlich schon dabei. Also wenn der Aufklärer davon ausgeht, der gemeine Mensch, der einfache Mensch, der steckt so in einem Sumpf aus Dummheit, wir haben es ja bei Haller gerade gehört, und dem muss man da raushelfen, dass auf diese Idee kann der Aufklärer ja nur kommen, wenn er selber meint, er steht bereits höher. Also so ein gewisser Hang zu einem Überlegenheitsgefühl, das man auch als Arroganz bezeichnen kann, steckt da auf jeden Fall drin, ja. Ist es bei Theatern anders? Bei Theaterstücken? Jein. Auch das lässt sich nicht ganz, lässt sich nicht verallgemeinern. Darüber würde ich gleich noch mehr sagen. Ich würde noch kurz bei der Lyrik bleiben, weil wie gesagt, normalerweise haben wir ja einen Schwerpunkt auf Lyrik, deswegen will ich das hier nicht zu kurz kommen lassen. Wir hatten jetzt das Lehrgedicht und die Naturlyrik. Ein ganz interessanter Zweig der Lyrik in der Aufklärung ist die sogenannte Anakreontik. Anna wer? Anakreontik, benannt nach Anakreon, einem altgriechischen Lyriker, der von dem selbst auch nur ein relativ schmales Werk überliefert ist, aber er hatte schon in der Antike auch Nachahme. Und deswegen nennt man diese Dichtungsart Anakreontik. Das sind immer so Gedichte über Wein und Liebe und Freundschaft. Und das ist, finde ich deshalb interessant, weil daran denkt man ja, wenn man Aufklärung hört, erstmal gar nicht. Überhaupt nicht. Jetzt sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, dieser weiße Raum mit den klaren Linien. Das stellt man sich vor, wenn man Aufklärung hört. Und irgendwie Weinlaub begrenzte Jünglinge, die im Mondschein sich gemeinschaftlich betrinken, stellt man sich darunter eher weniger vor. Nee, gar nicht. Ist aber tatsächlich in der Literatur der Epoche, Literatur Epoche der Aufklärung ein stark vertretenes Thema. Da sind wir halt wieder bei dem zweiten Teil von Prodesse und Delektare. Das Schöne, das Gefällige, das Unterhaltende. Dadurch, dass das halt auf ein antikes Vorbild zurückging, hatte das auch was mit Bildung zu tun. Also es war sozusagen dadurch, dass es Vorbilder aus der Antike nachahmt, war somit schon mal amtlich festgestellt, dass das hohe Kunst ist sozusagen. Und dann konnte man auf der inhaltlichen Seite ruhig auch mal was machen, was einfach nur Schönes und keinen, also jetzt keinen inhaltlich großen Anspruch aufstellt. Das war also eine recht verbreitete Literaturgattung. Auch der junge Lessing hat sich daran beteiligt. Aber so der Hauptvertreter der anakriantischen Dichtung in der deutschen Aufklärung war ein Herr Gleim aus Halberstadt. Johann Ludwig, die hatten alle drei, vier Vornamen. Also Johann und Ludwig waren auf jeden Fall dabei. Der wohnte in Halberstadt und hat mit so allen anderen bedeutenden Künstlern und Literaten seiner Zeit auch Briefwechsel geführt. Hatte so einen Freundschaftstempel in seinem Haus, wo so die Porträts von allen seinen Freunden aufgehängt hat. Und dann kam der Siebenjährige Krieg. Der Siebenjährige Krieg? Ja. 1756 bis, naja, müsste dann ja bis 62 gewesen sein, wenn es sieben Jahre war. Also 1756 fing der an, der Siebenjährige Krieg. Und plötzlich kam Gleim auf die Idee, er müsste Kriegsgedichte schreiben. Ja, warum? Weil einer der, eine der Hauptkriegführenden Mächte in diesem Krieg, an dem irgendwie, naja, praktisch mehr oder weniger ganz Europa beteiligt war. Eine der Hauptparteien in diesem Krieg war Preußen und der König von Preußen war der alte Fritz, der damals noch nicht so alte Fritz Friedrich II., der so aus Sicht der Aufklärung als der ideale Monarch galt. Das Idealbild des aufgeklärten absolutistischen Herrschers, der eben in seinem bis dahin recht rückständigen Ländchen... Hm, Getoffelstaat. Genau, liberale Reformen anstieß und deswegen als ein vorbildlicher Herrscher galt. Und jetzt führt der Krieg gegen die ganzen rückständigen Monarchen um ihn rum und das muss man bejubeln, meinte Gleim. Einige seiner Dichterfreunde haben da mitgezogen, andere nicht Lessing zum Beispiel. Was unter anderem wahrscheinlich damit zusammenhing, dass Lessing aus Sachsen kam und die standen im Krieg halt auf der anderen Seite. Lessing hat es also abgelehnt, sich an dieser lyrischen Verherrlichung des Siebenjährigen Krieges zu beteiligen und hat stattdessen nach dem Ende des Krieges ein Drama geschrieben, eine Komödie. Welche? Männer von Barnhelm, die sozusagen die Folgen des Siebenjährigen Krieges in Komödienform behandelt und da dann eben eine versöhnliche, friedliche Botschaft damit verknüpft. Da haben wir jetzt gerade einen schönen Bogen von der Lyrik zum Drama geschlagen. Das ist tatsächlich so, dass das Drama die vorherrschende Literaturgattung der Aufklärung zumindest im deutschsprachigen Raum war. Warum? Ich würde vermuten und behaupten, das hat damit zu tun, die Aufklärung wollte ja belehrend wirken, erzieherisch sozusagen. Und mit Theater konnte man ein größeres Publikum erreichen. Logisch. Lesen konnte von vornherein nur eine relativ kleine Schicht der Bevölkerung und sich Bücher kaufen noch weniger. Es gab zum Beispiel, weil auch längst nicht jeder, der lesen konnte und es auch tat, sich für den privaten Gebrauch Bücher kaufte, gab es auch in der Zeit der Aufklärung auch einen Aufschwung von Zeitschriften, sogenannten moralischen Wochenschriften. Da war der schon erwähnte Gottschett ein großer Vertreter. Damit versuchte man also schon ein größeres Publikum zu erreichen als jetzt nur mit Büchern. Aber das Theater war natürlich auch dazu geeignet, ein größeres Publikum anzusprechen. Wobei man sagen muss, dass Theater in Mitteleuropa im speziellen deutschsprachigen Raum war bis zu dieser Zeit eben sehr stark geprägt von so Wandertheatergruppen, die auch sozial schlecht angesehen waren. Es galt so als liederlicher Lebenswandel, Theater zu machen. Und die Stücke waren dementsprechend auch teilweise sehr derb und aus Sicht der Aufklärung moralisch fragwürdig. Vielfach. Und Gottschett nahm sich vor, das zu ändern. Okay. Und verbündete sich zu diesem Segment der Leiterin einer recht bekannten und erfolgreichen Wandertheatertruppe, der Caroline Neuber. Die beiden wollten also das deutsche Theater reformieren im Sinne der Aufklärung. Also ein Theater anbieten, das eben den Ansprüchen der Aufklärung zu belehren und uns zu unterhalten dienen sollte. Das führte dann dazu, dass beispielsweise der Harlekin, so eine stehende Figur des Wandertheaters, der so praktisch unabhängig vom Genre und vom inhaltlichen Kontext in praktisch jedem Stück so als Possenreißer, als Clown auftrat. Ja, Harlekin ist auch so ein bisschen immer so als Clown dargestellt. Genau. So bunte Kleidung. Richtig. Der musste weg, weil das auch dem Verstand der Aufklärer nicht zugänglich war. Wieso? Ob jetzt irgendwie jemand ein historisches Stück aus der Zeit der alten Römer hat oder eins aus der Gegend und überall ist dieser Harlekin dabei, das ergibt keinen Sinn, meinte beispielsweise ein Herr Gottschett. Da sind wir wieder beim weißen Raum. Genau. Richtig. Lessing schrieb dann auch später etwas spottend über diese Abschaffung des Harlekins. Ja, es gibt dann aber auch selbst Frau Gottschett, wie gesagt, sie Frau Gottschett war eine recht populäre Theaterautorin, hat Stücke geschrieben, in denen es eine Harlekin gibt. Der heißt dann bloß nicht so. Der heißt dann Hänschen und hat dann kein bunten, kein buntes Hemd an, sondern weißes. Ja, weil was für eine großartige Verbesserung des Geschmacks, ja. Also man konnte nicht ganz ohne ihn. Aber die Grundidee von Gottschetts Theaterform war, also das Theater muss nützen. Und da gab es dann halt auf der einen Seite die Komödie. Die Komödie sollte zur moralischen Besserung des Menschen, also des Publikums beitragen, indem schlechte Eigenschaften lächerlich gemacht werden. Es gab halt relativ viele Stücke so in der frühen Aufklärungsdramatik, relativ viele Komödien, wo dann die Hauptfigur so eine tadelnswerte Eigenschaft verkörpert, wie zum Beispiel Geiz oder Faulheit oder so. Und der dann eben durch den Verlauf der Handlung wurde dann dieser Vertreter einer schlechten, unvernünftigen, untugendhaften Lebensweise eben lächerlich gemacht, blamiert und dadurch auch gebessert. Interessanterweise. Also im Idealfall war es dann so, dass der negative Protagonist sozusagen auch am Ende einsieht, wie falsch sein bisheriges Leben war. Das war so Gottschetts Vorstellung von einer Komödie. Ja. Sich lustig machen über negative Eigenschaften. Das kennen wir ja heute auch noch. Also gerade so Satireprogramme sind beliebt, Kabarett. Ja. Wohingegen die Tragödie so heroisch bewundernswerte Charaktere darstellen sollte. In dem Sinne schrieb Gottschetts selber auch eine Tragödie, der sterbende Cato. Wo eben der altrömische Philosoph und Politiker Cato so als großer Tugendheld dargestellt wird. Also diese Idee, Komödie soll den Menschen bessern durch lächerlich machen von schlechten Eigenschaften. Die Tragödie soll den Menschen bessern durch die bewundernswürdige Darstellung positiver Eigenschaften. Das war Gottschetts Vorstellung von Komödie und Tragödie. Es gab dann allerdings auch recht bald andere Konzepte. Was bei Gottschetts noch ganz wichtig war, die sogenannten drei Einheiten. Einheit der Zeit des Ortes und der Handlung. Das stammt so aus der früh-neuzeitlichen Aristoteles-Rezeption. Aristoteles selber in der Poetik hat das gar nicht so streng gefordert, dass jetzt so die Handlungszeit eines Dramas möglichst identisch sein soll mit der, also die Dauer der Handlung möglichst identisch sein soll mit dem dargestellten Zeitverlauf oder zumindest nicht länger als einen Tag umfassen soll, dass sich alles an einem Ort abspielen soll und dass es auch nur im Wesentlichen nur einen Haupthandlungsstrang geben soll. Das stammt in dieser strengen Form gar nicht unbedingt von Aristoteles selbst, sondern eher von dem, was dann bei der früh-neuzeitlichen Wiederentdeckung von Aristoteles daraus gemacht wurde. Aber da war Gottschetts sehr streng. Der hat auch gefordert, die Handlung eines Dramas solle sich tagsüber abspielen und nicht nachts, weil man nachts zu schlafen habe. Der war da sehr streng. Und dann gab es ja noch die sogenannte Ständeklausel. Ich sagte ja schon, in der Tragödie sollte es um so Darstellung von heroischer Tugend gehen. Ja. Und es war, das war so aus dem französischen Barock übernommen, die Vorstellung, also heroische Tugend gibt es sowieso nur unter Adeln. Also die Tragödie spielte eigentlich immer in Adelskreisen. Ja. Für das Bürgertum war dann die Komödie da. Ach so. Ja. Und das, weil aber andererseits ja eigentlich die Aufklärung gerade eine bürgerliche Bewegung war, die halt eben auch eine Stärkung des Selbstbewusstseins des Bürgerstandes beabsichtigte, gab es da schon bald Strömungen, die damit nicht so ganz zufrieden waren. Und dadurch entstanden neue Theaterformen, die so die alte strikte Trennung zwischen Komödie und Tragödie versuchten, ein bisschen zu unterlaufen und aufzuheben. Die erste, der erste Ansatz dieser Art war das sogenannte rührende Lustspiel. Auch Darz hatte ein Vorbild aus Frankreich, die Comédie Larmoyante, wo es also ernste Stücke gab, die aber in bürgerlichen Kreisen spielen und deswegen sozusagen das Etikett Komödie bekamen, weil Ständeklausel muss eingehalten werden. Also wir nennen es Komödie, auch wenn es eigentlich nicht lustig ist, sondern eher rührend. Und ein großer Vertreter des rührenden Lustspiels in Deutschland war Gellert mit vollem Namen Christian Fürchtegott Gellert. Fürchtegott. Fürchtegott. Ein herrlicher Vorname, solche Namen gab es damals öfter, der also sowohl als Literaturtheoretiker sich sehr stark für das rührende Lustspiel einsetzte und dann aber auch selber solche schrieb, wie zum Beispiel ein Titel Die zärtlichen Schwestern. Aha. Ja. Heutzutage könnte man sich vorstellen, das ist ein Softporno, so hieß er, aber nein. Es war also ein Rührstück. Okay. Mit Gellerts tugendhafter Komödie Die zärtlichen Schwestern betritt ein Frauentyp die Bühne, die er weit über seine Zeit hinaus weist. Julchen durchschaut den Widerspruch zwischen Freiheitsverwirklichung und Gefühlshingabe. Ihre Scheu vor der Ehe beruht auf der Furcht, ihr selbst zu verlieren. Also es geht um, es geht um Gefühl und den Widerspruch zwischen dem individuellen Gefühl und den Ansprüchen der Gesellschaft. Und ja, aber wie gesagt, aufgrund dieser komischen Ständeklausel bezeichnete man das trotzdem als Komödie, obwohl es eigentlich eher darauf ausgelegt war, das Publikum zum Weinen als zum Lachen zu bringen. Aber eben Wein vor Rührung. Und der nächste Schritt, sozusagen die Weiterentwicklung des rührenden Lustspiels, aber dann das bürgerliche Trauerspiel. Okay. Da wird dann also auch offiziell mit der Ständeklausel gebrochen. Es wird gesagt, es ist überhaupt nicht einzusehen, warum jetzt so die tragische Dichtung nur aus der Welt des Adels, in der Welt des Adels angesiedelt sein soll. Das Bürgertum kann auch tragische Stoffe hervorbringen, sozusagen. Während das rührende Lustspiel, wie gesagt, ein Vorbild aus Frankreich hatte, kam das bürgerliche Trauerspiel eher aus England. Das Ganze bezeichnet im Zusammenhang so das erste bedeutende deutsche bürgerliche Trauerspiel ist Miss Sarah Samson von Lessing. Und da merkt man schon am Titel den englischen Einfluss. Also das Ganze spielt dann auch in England, beziehungsweise die Charaktere sind dann auch Engländer. Und das klassische Thema des bürgerlichen Trauerspiels ist die verfolgte Unschuld. Natürlich. Ja. Das hat, wie gesagt, das ist ein Stoff, der auch in England schon vorher populär war. Sowohl im Roman, die Sentimental Novel von Sammy Richardson. Clarissa war also ein ganz bedeutender Roman. Als auch im Drama. Und das wird also quasi aus England nach Deutschland importiert. Die verfolgte Unschuld. So der gewissenlose Verführer, der nun also das unschuldige Mädchen verführt. Und das Ganze endet dann in der Regel mit dem Tod der Frau. Wie auch sonst. Ja. Und die Idee des bürgerlichen Trauerspiels jetzt im Kontext der Aufklärung, was will die Aufklärung damit, warum zeigt sie sowas, ist natürlich auch einerseits moralische Belehrung, aber eben andererseits auch die charakterliche Besserung des Publikums durch Furcht und Mitleid. Das ist, da hat Lessing sich lang und breit auch theoretisch drüber geäußert. Das basiert auf Aristoteles, also ein Begriffspaar von Aristoteles, das Lessing mit Furcht und Mitleid übersetzt. Altphilologen werden sagen, Lessing hat Aristoteles komplett missverstanden. Der meinte was ganz anderes. Ist aber wirkungsgeschichtlich uninteressant, ob Aristoteles das so gemeint hat oder nicht. Für den deutschen Kontext war Lessings Deutung von Aristoteles, ob es jetzt richtig ist oder nicht, einfach sehr einflussreich. Also wenn es ein Missverständnis war, dann war es ein sehr produktives Missverständnis. Ein sehr wichtiges Theaterstück war Nathan der Weise, wenn ich mich recht entsinne. Ja genau, das war Dings letztes Werk. Ist also gedruckt erschienen, noch vor seinem Tod, aufgeführt worden, aber er ist nach Lessingstod. Es hat auch eine interessante Vorgeschichte und da sind wir dann wieder bei dem Verhältnis der Aufklärer zur Religion. Ja. Es hatte nämlich im Vorfeld dieses Stücks einen Streit gegeben zwischen Lessing und einem Pastor Götze aus Hamburg. Das ist ein lustiger Name in dem Zusammenhang, aber egal. Stimmt. Im Prinzip war dieser Konflikt zwischen Lessing und Götze sozusagen stellvertretend für grundsätzliche Konflikte zwischen dem strenggläubigen Teil der evangelischen Kirche sozusagen und den Aufklärern, die eben so ihr eigenes Verständnis von Religion hatten. Und es gab dann also eine Auseinandersetzung darüber, wie ernst man, nein, wie ernst ist falsch gesagt, es ging um die Frage der Autorität der Bibel. Ob jetzt alles, was in der Bibel steht, stimmt und gültig ist und man sich danach zu richten habe oder wie man das sonst zu verstehen habe. Und Lessing war also ein Vertreter eines eher freieren Umgangs damit. Also die Idee, also Lessings Auffassung von Religion war auch eben wie so vieles andere oder wie eigentlich so gut wie alles andere in der Aufklärung auch die Religion eben dem Nützlichkeitsdenken zu unterstellen. Die Religion muss einen Nutzen haben, nämlich welchen? Nämlich den Menschen zu bessern. Und wenn sie das nicht tut und wie gesagt, wir haben diese Geschichte der Religionskriege hinter uns und so weiter und wenn also offensichtlich die Religion nicht dazu dient, den Menschen zu bessern, dann muss man an der Religion was ändern, um es jetzt mal ganz vereinfacht darzustellen. So, und darüber gab es also eine große literarische Fede zwischen Lessing und den Vertretern der strenggläubigen evangelischen Geistlichkeit, was dann dazu führte, dass Lessing zeitweilig Publikationsverbote erhielt und so weiter. Und er verarbeitete das eben mit diesem Stück Nathan der Weise, sein letztes und wahrscheinlich auch bekanntestes Werk. Also andere Stücke von ihm, Sarah Samson habe ich schon erwähnt, Männer von Barnheim habe ich schon erwähnt, Emilia Galotti ist auch noch ein ganz wichtiges Werk von ihm. Aber in Art und Weise dürfte so aus der Perspektive der Nachwelt tatsächlich sein bekanntestes sein und das ist halt auch für die Auseinandersetzung der Aufklärung mit dem Thema Religion auch wirklich ein Paradebeispiel. Wie würdest du Lessing einordnen? Eher als Lyriker oder eher als Dramatiker? Das ist interessant. Also Lessing hat schon einiges an ziemlich guter, teilweise auch ziemlich witziger Lyrik geschrieben, aber er war wohl doch, würde ich sagen, als Dramatiker noch wichtiger. Also angefangen mit Komödien, er wollte mal der deutsche Molière werden nach eigener Aussage und ist dann halt ein wichtiger Vertreter des bürgerlichen Trauerspiels geworden, wie gesagt. Und Nathan der Weise als sein letztes Werk ist stilistisch ziemlich untypisch, unter anderem dadurch, dass es in Versen geschrieben ist, in Blankversen, also febigen Jampen, während normalerweise, also Lessings andere Stücke sind halt in Prosa in quasi normaler Alltagssprache geschrieben. Also da hat man schon eine Tendenz zu einer stärkeren künstlerischen Stilisierung und das Setting der Handlung ist auch untypisch. Das Ganze spielt nämlich zur Zeit der Kreuzzüge in Jerusalem. Das ist auch interessant, es gab durchaus schon in der Zeit vor Lessing so einen Hang zu Dücken aus der religiösen Überlieferung, aus der Kirchengeschichte, heiligen Legenden in dramatischer Form und so. Und das mochte Lessing alles nicht so gerne, weil ihm das halt zu sehr religiöse Propaganda war, sozusagen. Also er hat sich über diesen Typus des Märtyrer-Dramas auch sehr kritisch ausgelassen. Und nun greift er also einen Stoff auf, aus dem man hervorragend so ein christliches Märtyrer-Stück hätte machen können und macht da was völlig anderes draus. Also das Stück spielt in Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge, allerdings in einer Friedens- bzw. Waffenstillstandsphase. Und wir haben in Jerusalem Muslime, Juden und Christen und alle drei Religionsgruppen kommen auch mit ihren Vertretern im Stück vor. Es ist schon sehr bezeichnend für Lessings Auseinandersetzung mit der christlichen Geistlichkeit, der strenggläubigen christlichen Geistlichkeit, dass der also am eindeutigsten negative Charakter in dem Stück naheinanderweise der christliche Patriarch von Jerusalem ist. Der ist also, das ist ein religiöser Fanatiker, an dem lässt er praktisch kein gutes Haar. Fast alle anderen Charaktere haben irgendwie so ihre positiven Züge. Der Hauptcharakter, der Titelcharakter, Nathan, ist ein reicher und wie der Titel schon sagt, weiser Jude. Und der hat eine Pflegetochter, die, wie man zunächst, wie zunächst nicht klar ist, das stellt sich erst im Laufe der Handlung heraus, eigentlich aus einer christlichen Familie stammt. Die wird von einem von einem christlichen Ritter, einem Tempelritter, aus einem brennenden Haus gerettet. Dann verlieben die sich ineinander. Am Ende stellt sich fest, es stellt sich raus, dass praktisch alle Hauptcharaktere des Stücks irgendwie miteinander verwandt sind. Also eigentlich sind sie alle eine große Familie. Wir ahnen die Botschaft dahinter. Ja, also die Religion soll die Menschen nicht voneinander trennen und so. Und für die Aussage, für die Aussage des Stücks ganz zentral ist die sogenannte Ringparabe. Da geht es darum, der Sultan Saladin lässt also den Nathan zu sich kommen. Eigentlich will er Geld von ihm. Aber er versucht ihm sozusagen eine Falle zu stellen, eine Fangfrage. Er möchte von ihm wissen, welches die wahre Religion ist. Das ist jetzt ein Problem, weil Nathan als Jude müsste ja nun eigentlich sagen, dass er der Meinung ist, dass Judentum ist die wahre Religion, weil warum wäre er sonst Jude? Aber das kann er natürlich dem Sultan gegenüber, der er selber Muslim ist, natürlich nicht sagen. Würde man meinen. Ein Dilemma. Nathan löst diesen Konflikt dadurch, dass er die Frage beantwortet in Form eines Märchens, wie er sagt. Und das ist die sogenannte Ringparabe. Da geht es um einen Vater, der einen wertvollen Ring hat. Einen sehr prachtvollen und wertvollen Ring. Als Erbstück, der ist immer in der Familie weiter vererbt worden, immer an den Lieblingssohn. Ja. Dieser Vater hat jetzt drei Söhne und er liebt sie alle gleich und weiß nicht, wie er mal den Ring vererben soll. Ja. Und deswegen lässt er Imitate sozusagen herstellen von dem Ring. Und jeder der drei Söhne kriegt einen. Ja. Damit sind die drei Söhne aber nicht recht zufrieden, als sie feststellen, so, ja Moment, ich habe gedacht, ich habe hier den Ring, weil ich der Lieblingssohn meines Vaters bin. Jetzt haben die beiden Brüder aber auch so einen Ring. Welches ist denn jetzt der echte? Sie streiten sich doch über, welcher Ring der echte ist und sie versuchen, das irgendwie gerichtlich klären zu lassen. Und es bleibt am Ende offen, ob überhaupt einer der drei Ringe der echte ist oder ob das alles nur Imitate sind. Ja. Und die Lehre aus der ganzen Geschichte ist dann, ja, jeder soll sozusagen weiter daran glauben, dass sein Ring der echte ist, aber trotzdem sozusagen einander gegenseitig deswegen nicht geringer achten und so. Ja. Ja, wir ahnen, worauf das Ganze hinaus bleibt. Die drei Ringe beziehen sich auf die drei abrahamischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Und die Aussage ist so, ja, welches davon jetzt wirklich die echte ist, das wissen wir nicht. Das ist also ein mehr oder weniger agnostischer Standpunkt. Entscheidend ist letztendlich nicht, welches davon jetzt der wahre Ring ist, sondern entscheidend ist, dass wir praktisch, dass jeder sich zu seiner Religion bekennen darf, aber eben seine Religion nicht als Grund ansehen soll, sich den anderen überlegen zu fühlen, sondern das Ansporn eben in einem positiven Sinne danach zu leben und mit den anderen in Frieden zu leben soll. Also die Religion soll eben den Nutzen haben, dass man dadurch ein besserer Mensch wird und nicht dazu dienen, andere Religionen anzufeinden. Das ist durchaus eine aktuelle Forderung. Allerdings. Also dieser Gedanke, der zieht sich ja bis heute auch in religiöse und religionspolitische Debatten durch, dass, weil man ja sowieso nicht entscheiden könne, sozusagen, welches jetzt die richtige, die wahre Religion ist, dass also praktisch die Wahrheitsfrage aus Religionsdiskussionen mehr oder weniger ausgeklammert wird und man sagt, nein, entscheidend ist doch, dass die Religion einen zu einem besseren Menschen macht und dass sich alle miteinander gut verstehen. So, das ist also, diese Aussage kann man sagen, ist also, kommt in nahtender Weise 1779, Uhr aufgeführt 1783, so in dieser Form erstmals so deutlich zur Geltung. Ja. Gibt es moderne Aufklärer immer noch? Also ich denke da vielleicht auch an, weiß nicht, Hannah Arendt oder so, würdest du die auch als Aufklärerin bezeichnen? Naja, das ist jetzt natürlich eine Frage, wie weit oder wie eng man den Begriff definiert. Ich denke mal, der Grundgedanke, es gibt ja von Kant diese berühmte Definition, was Aufklärung sei. Kant's Antwort auf die Frage, was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, genau. Gemeint ist damit, der Mensch muss anfangen, selber zu denken und selber mit den Möglichkeiten seines eigenen Verstandes die Welt verstehen zu wollen, anstatt sich von anderen vorschreiben zu lassen, was er denken soll. Das wäre die selbstverschuldete Unmündigkeit. ist, wenn jemand sich damit zufrieden gibt, das zu übernehmen, was andere eben sozusagen vorkauen, anstatt sich selber eine Meinung zu bilden. Und das ist natürlich grundsätzlich ein Gedanke, der also auch in späteren Zeiten immer wieder eine Rolle spielt. Dieser Anspruch, dieser Anspruch eben Kraft des eigenen Denkens, der eigenen Vernunft, sich die Welt zu erschließen und nicht einfach unkritisch Dinge zu übernehmen. Also und in diesem Sinne kann man schon sagen, dass das Erbe der Aufklärung auf jeden Fall bis heute eine wichtige Rolle spielt. In einem engeren Sinne muss man die Aufklärung natürlich auch als ein Kind ihrer Zeit begreifen und dieser Vernunftoptimismus, die Auffassung, man könne praktisch allein durch die Vernunft die Welt verstehen und dadurch dann eben auch moralisch ein besserer Mensch werden. Die ist, also dass das möglich sei, die Grundfrage der Ethik, woher wissen wir, was gut ist, ja, das allein auf dem Weg der Vernunft und des Verstandes zu lösen, das haben schon die Aufklärer selber, so die späteren Aufklärer, Kant in seinen drei wichtigsten Werken, Kritik der… Sein Vernunft, praktisch Vernunft, genau. Genau. Der hat bereits gesehen, dass man sich das theoretisch schön so denken kann, aber dass das in der Praxis auch an Grenzen stößt, dass eben erstaunlicherweise das, was man unter Vernunft versteht, eben nicht für alle Menschen gleich ist und dass es eben deswegen nicht so ohne weiteres möglich ist, jetzt unterschiedliche Auffassungen auszugleichen, Meinungsverschieden aufzulesen, indem man sich rein auf die Vernunft beruft. Also in dem Sinne, ich habe jetzt erst vor kurzem, es führt jetzt ein bisschen über unser Thema hinaus, aber wenn du schon danach fragst, jetzt erst vor kurzem ein Buch gelesen von einem zeitgenössischen Philosophen Alistair MacIntyre, wo es genau um die Frage geht, so Grundfrage der Ethik, woher wissen wir eigentlich, was im moralischen Sinne gut ist. Der sagt, also die Aufklärung ist mit dem Versuch, eine allgemeinverbindliche Ethik aus der Vernunft abzuleiten, eigentlich gescheitert. Und dieses Scheitern hat als erster wirklich gnadenlos, schonungslos aufgedeckt Nietzsche. Und damit ist also diese vernunftoptimistische, ethische Philosophie der Aufklärung ist mit Nietzsche eigentlich erledigt. Also die ist eigentlich tot. Also kann man sagen, die Aufklärung hat nichts für uns gebracht? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also natürlich, gerade vor dem Hintergrund dessen, was vorher war, natürlich hatte die Aufklärung in ihrer Zeit schon eine wichtige Funktion. Man musste ja sozusagen über diesen, über diesen, über dieses Zeitalter der Religionskriege sozusagen, wo die Tatsache, dass es mehrere Glaubensrichtungen nebeneinander gab, die jeweils für sich die Wahrheit beanspruchten und sich deswegen bis aufs Messer bekämpften, darüber musste man ja irgendwie hinauskommen. Und die neuen Erkenntnisse aus dem Bereich der Naturwissenschaft irgendwie in das Weltbild zu integrieren, musste ja auch geleistet werden. Also die Aufklärung hat sicherlich ihre Schwächen gehabt, ihre Mängel und hat auch ein durchaus problematisches Erbe in manchen Dingen. Also ich verweise da jetzt mal nur so als Fußnote auf Horkheimer, Adorno, Dialektik der Aufklärung, dass eben gerade der Versuch der Aufklärung alles, also das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben rein auf so einer vernunftbasierten Ethik zu organisieren, teilweise auch sehr, sehr bedenkliche Folgen gehabt hat. Also man kann, glaube ich, nicht sagen, an der Aufklärung war alles gut oder war alles schlecht. Um jetzt mal einen Satz von, in einem völlig anderen Kontext geäußerten Satz von unserer Frau Merkel aufzugreifen, nun ist sie halt da, die Aufklärung. Man kann jetzt sozusagen aus historischer Perspektive vielleicht darüber spekulieren, wie wäre die weitere Entwicklung der westlichen Gesellschaften anders verlaufen, wenn es die Aufklärung, so wie sie war, nicht gegeben hätte, sondern stattdessen irgendwas anderes. Darüber kann man spekulieren, es bringt aber letztendlich nichts. Und die Ergebnisse sind so, wie sie sind. Wir haben eben über Trauerspiele gesprochen. Und ein Trauerspiel ist leider auch, dass wir am Ende angekommen sind. Wir sind fertig mit der Aufklärung. Und nun bleibt uns noch auf die nächste Sendung zu verweisen. Viel Spaß und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.